damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft future so ich habe ein bisschen geformt ein bisschen hab schon ein bisschen was klingen gemacht den crime dann machen wir uns demnächst und wir machen uns heute eine quarry okay da brauche ich für einen falschen trainier da schicken was anderes geguckt haben wir brauchen die die normale das braucht mit heißen Gold und Diamanten so und wie ich sehe muss was man noch ein paar Sticks machen Vorbereitung Jupp werden kann es tun und man muss dann mal ein Portiers hier ich brauche ja plus 6 so das müsste jetzt sechs es sind so wunderbar mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben wir brauchen sieben mein Foppaar so das war mal ein bisschen Cobblestone so gucken wir uns mal hier drüber Eisen brauchen wir auf jeden Fall die ganzen Eisen Gears hier so dann brauchten wir 1 2 3 aber die auf jeden Fall alle als Gold Gears hier so bitte hier rüber und zwei Diamond Gears wunderbar jetzt brauchen wir noch eine Diamond Pickaxe und Redstone noch schulisch und der Rest von Marker zu Dank genügend so damals schon mal die Kruppi so dann braucht man auf jeden Fall ein paar Transportrohre auf jeden Fall immer her gibt es auch dort und abends noch zwei und drei Stunden schon mal vorbereitet die haben auch brauchen um MMM was braucht man jetzt noch Wutten Wut Wut haben wir natürlich nicht und es ist gerade noch da gehen wir mal schnell schlafen haaaah so haben wir hier haben wir noch Gott sei Dank normales Salz weil das brauchen wir auf jeden Fall von denen eine Pipe denn ansonsten können wir nichts außer Kruppi rausholen so den Rest machen wir aus ja Gold Gold Pipes das sind 40 ok so viele bräuchten wir eigentlich nicht aber lieber wir haben als wir hätten zumindest bis wir dann den Ender-Grow hier haben dann machen wir auch keine größeren Löcher so und als nächstes noch mal ein paar Sticks ähm wir brauchen bloß 3 Mauer das sind Fakten und da muss man ab ist und damit auf uns auf die Ex-Furzen 1 jeder langsam und die Landmarks von dem und zum Bild den Kabel Stoen mit und so hat schon als schon den Plätzchen ausgetauscht schon doch auf uns wird voll gesehen gab durch die erste Krim setzen möchte hier und zwar dazu uns wenigstens die Landwirtschaft total verunstalten das ist irgendwo ein Slime dann machen wir hier den Landmarken dann gehen wir hier rüber ist ja jetzt auch mal die Größe egal am besten im Wasser bleiben ja natürlich hab ich jetzt so so da tun wir uns noch ein bisschen klein mit raus holen da passt das so die Höhe hier gucken am besten so was muss man nicht abbauen abgebaut werden muss das ist ein bisschen Gras mit abbauen ist akzeptabel so jetzt wieder rüber so dann müssen wir so oder so noch mehr Energieversorgung und ich total verrückt total jetzt vergessen ab aber das sei es drum geht halt hier lang ja unter uns ist eine Höhle die zumutern schön fluten so komm wir springen hier rum und laufen rum geht ziemlich besser schau auf ein Hühnchen flup wunderbar klein Mini-Hundrinne so und jetzt erst mal rechtsklick auf die Fackeln und da haben wir unseren Bereich wunderbar gut Landmarks kann man jetzt erst mal weglassen neun Chances geht eigentlich so jetzt kann man ja mal probieren dann gut geht auch so mit den wunderbar und dann gehen wir hier und jetzt machen wir hier den Diamond Pipe da tun wir noch ein bisschen was rausfiltern dann so hier da kommt dem Standort Cobblestone, Dirt, Clay und so rein so das stecken wir das Land erstmal für den Anfang weil so tief ist das noch auch nicht na Dankeschön so und jetzt machen wir uns erstmal noch mehr Energiequelle in dem Abfall erstmal was essen hier so so man seht ihr das hat sich ja vorige Folge schon gehabt allerdings hab ich jetzt noch ein bisschen was anderes gemacht eben hat man ja hab ich mit Magic Good Crops angefangen da hab ich einen Essenz-Seed gefunden hab ich gleich gepflanzt, bin vermehrt so haben wir dann kam noch Nature Essence raus da hab ich gleich mal ein paar Kakteen ran geholt dann hab ich uns ein größeres Essenzfeld gemacht für Kartoffeln und noch ein bisschen Weiz wegen den Samen für Magical Crops und dann hab ich hier nen Fire Seed und nen Coal Crop also nen Fire Crop und nen Coal Crop und hier hab ich die sechste von denen so hab ich den Watering kennen hab ich auch gemacht allerdings hab ich die jetzt grad hier nicht im System okay die die ist ja nicht so gerade nahrhaft geht alles schnell wieder weg ähm jetzt wollen wir uns noch nennen Generator hab ich Kabelstor, ja hab ich man muss sich erst mal den Ofen so da brauchst man noch einen Eisenblock ähm Block auf Eisenbitter dann war das so Klöber hoffentlich ist hier nicht das Rezept geändert nö wunderbar so dann hab ich hier ein bisschen Holzkohle durch am durchbrennen dann tun wir hier hinten die Query aufbauen so in der Zeit wo das hier aufbaut da kann man noch ein bisschen Eisen und so rausfiltern so und jetzt wird das hier ganze Zeug aufgebaut und wir gehen noch ein bisschen Zeug holen zum einsortieren so ist dann das auch das ist Mittag wunderbar so da haben wir einmal Diamanten Eisen Eisen Redstone tun wir mal kurz hier alles rein Silber Silber haben wir schon Lead das Silber hatten wir noch nicht so jetzt haben wir es dann Copper Tin Cola Rubine Hämämämämämämämämämämäm Saphira Uran die haben wir schon die grün Sardus Quarz Phäröse Helorium Gold Aluminium und dann war ich das mal alles dann ob sich jahren gut über das war drüber ob es gut genommen und das ist schon die Kälte aus sortieren ein bisschen gelb so und das andere wo grün also Cola grün war das ja grün war mit Diamanten, wunderbar so, das kann raus, das kann raus, das kann raus so, dann haben wir das hier, dann kann man hier alles reinballern und das tut jetzt gerade noch die Holzkohle schön verbraten und dann kommen wir hier mit dem Block of Co, da brennt das nämlich länger durch so, und später machen wir das dann eben mit Ender IO, tun wir das bepowern so, dann muss ich gehen mal hier und weg so, was können wir jetzt noch in der Folge machen haaa von Ender IO schon mal ein paar Maschinenangriff nehmen, mal gucken Ender IO so okay, wir müssen Ender IO schon richtig schreiben so okay ähm, ja Stonebricks pisten no, das Essen hier Cleanstone hat es schon, wir haben auch die Stonebricks schon gemacht so, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Kop- Kopfer Kopfer haaa wieviel Kopfer, na gut da produziert Strom, da braucht man Gott sei Dank keinen das geht so, hier haben wir natürlich kein weiteres Holz drinnen äh, wir haben auch Gott sei Dank genug durch die Greatwood-Bäume mal gucken, ob die oft gehen hier für nennen pisten so ein Eis und Redstone 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 runden jo, geht so, was war hier basic here ah, Couples Stone & Sticks da haben wir doch was falsch gemacht gehabt haaa haaa wir brauchen zwei und so die waren da ah jo, wunderbar und jetzt muss es eigentlich gehen jawohl da muss man erst mal die Ender IO Maschine das können wir erst mal mit Schalkohle bepowern jetzt kann man schlafen So, und die knallen wir erst einmal, weil dann wird das hier nämlich bald eine Produktions- oder hier anfangen ein Haus anzubauen, das werde ich bestimmt auf-screen machen, das hier komplett ein bisschen wegtragen, oder wo gehen wir hin mit dem Hausbau, Karte, rein technisch gesehen, könnte man hier das Haus entbauen, das ist zwar eigentlich auch fast schon, drei Chunks, vier, sechs Chunks groß, und wir machen es hier hin, was wir bloß unsere Bäume wegmachen, muss ich auf die Höhe runtergehen, mal gucken, so, und es gut hier bei Dennis, hier kriegt man bei Magic Drops keinen Schaden, gut halt nur hier so die Höhe haben wir noch ein bisschen Kleine, und sagen wir mal so, ja hier werden wir uns aus dem bauen, also wird eigentlich viel Erde weg, die Bäume kommen weg, mach ich mit der Lampe X aber noch mal auf-screen, also setzen wir am besten, erst mal hier einen, hier, weil es kann man ja eh mit der Spitzhack abbauen, hab ich heute kurz rausgetan, ja, keiner speichern, 100.000 der F, und der Produzer 20F-Protik, wunderbar, ist zwar nicht viel, aber trotzdem, besser als gar nichts, ähm, hat man jetzt das Kupfer weggetan, nö, natürlich nicht, wenn wir brauchen wir so, so, Kupfer, Schlüppelzwehe lang, immer Segment für hier, und immer für hier, ja, verlangt immer, da geht das auch hoffentlich schneller durch, aber haben wir noch, weil da kriegt man nämlich auch die besseren Chancen aus, wie das bei Kupfer, ist ja noch Gold drin, bei Kupfer, nicht Kupfer, gut, Kupfer ist ja das Englische, also passt das, so, gut, aber das mache ich mal an der Stelle einen kurzen Kupfer, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen, und dann bis zum nächsten Mal, bei Microfuture.